Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 169 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute möchte ich dir ein besonderes Geschenk machen. Heute möchte ich dir ein besonderes Geschenk machen. Die Vertragsbedingungen sollten immer sorgfältig gelesen werden. Wir müssen dringend aufräumen. Wer kann uns dabei helfen? Wir müssen dringend aufräumen. Wer kann uns dabei helfen? Wir müssen dringend aufräumen. Wer kann uns dabei helfen? Unsere Ersparnisse reichen nur noch für kurze Zeit. Was können wir tun? Unsere Ersparnisse reichen nur noch für kurze Zeit. Was können wir tun? Heute ist Reinigungstag. Jeder sollte helfen, die Wohnung zu reinigen. Heute ist Reinigungstag. Jeder sollte helfen, die Wohnung zu reinigen. Heute ist Reinigungstag. Jeder sollte helfen, die Wohnung zu reinigen. Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe. Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe. Diese Kleidung ist für die Altkleidersammlung vorgesehen. Diese Kleidung ist für die Altkleidersammlung vorgesehen. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Hast du meine Strandschuhe gesehen? Ich kann sie nicht finden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Susanne ist neu in unserem Team. Ab August leitet sie die Grafikabteilung. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. Die Erdbeeren habe ich selbst gepflückt. Sie riechen gut. Die Erdbeeren habe ich selbst gepflückt. Sie riechen gut. Die Erdbeeren habe ich selbst gepflückt. Sie riechen gut. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein Bezug auf, Vielen Dank.